Na toll gemacht! Ihr Bäcker, wenn ich euch erwische, dann setzt es aber was! Beim Nachmittagsunterricht Ich habe eine Ankündigung zu machen. Einer aus dieser Klasse hat das Fenster von meinem Vater kaputt gemacht. Herr Meiers Vater, das wird ja immer schlimmer. Du Nusche! Mein Vater! Du Nusche! Mein Vater, mein Vater! Na toll gemacht! Einer aus dieser Klasse hat das Fenster von meinem Vater kaputt gemacht. Ich habe ihre Scheibe kaputt gemacht! Du warst das! Gah! Du Nusche! Na toll gemacht! Mein Vater! Na toll gemacht! Na toll gemacht! Na toll gemacht! Hat das Fenster von meinem Vater kaputt gemacht. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie ich das wieder aus dem Kopf kriege. Ich habe ihr Fenster kaputt gemacht. Was? Du warst das? Naja, du weißt, was ich hier zu tun habe. Ääääh! Ich habe ihn mit, was ich hier zu tun habe.